Lange Zeit zählen Selfies aus dem Fitnessstudio zum absoluten Blickfang. Schließlich sieht der Körper beim Trainieren schön in Form aus. Doch nach den beliebten Gym-Selfies haben die Stars und Sternchen einen neuen Grund gefunden, sich halbnackt vor der Kamera abzulichten. Miley Cyrus zeigt sich im Handtuch und streckt dabei wie immer frech die Zunge raus. Auch Madonna kann ihre Zunge nicht bei sich behalten und leckt sogar ihre Duschkabinentür ab. Ganz tiefe Einblicke gewährt auch Sängerin Lady Gaga ihren Fans und auch bei den Herren setzt sich der Trend durch, wie hier bei Nick Jonas zu sehen ist. Der Trend scheint jedenfalls weit verbreitet zu sein und niemand Geringeres als Modegöttin Vivian Westwood scheint diesen Trend ins Leben gerufen zu haben. Denn die 76-Jährige dreht vor ein paar Jahren einen Werbespot für eine Tierrechtsorganisation und zeigt sich dabei unter der Dusche. Scheinbar stammen nicht nur Modetrends von der Designerin.